Ja, ich habe in meinem letzten Video gesagt, ich bin fix und alle und durch echt durch, also dieses Video ist nur damit ihr mich zumindest die Woche seht, weil ich mache jetzt bis Ende diesen Monat einfach mal frei. Ich mache jetzt frei für mich. Ich mache jetzt keine Hobbys, ich mache gar nichts. Ich mache die Seegurke. Ja. Schmecken Seegurken? Ich habe nie eine Größe. Weißt du, das ist voll fast... Kannst ja mal an mir knabbern. Na gut. Ja, ich brauche Zeit und das ohne Ende, um mal mit meiner Mom und meinem Dad alles auseinanderzubursteln, was gerade bei mir im Kopf nicht mehr in Ordnung ist und bei mir. Ich brauche Zeit, um Schlaftabletten zu nehmen, damit ich Schlaf bekomme. Ich brauche Zeit, um diese blöde Tetanis-Impfung hinter mich zu kriegen und ein Zahnarzt-Termin kommt auch noch auf mich zu. Warum stresse ich mich eigentlich auch noch immer bei jedem Gedanken? Ja, das läuft genau, das ist willkommen. Das ist so, ich kann gar nicht, ich kann es nicht mal mehr abschalten. Das ist echt schrecklich. Na ja, auf jeden Fall, ich mache Urlaub. Ich mache Urlaub von der Welt und von mir selber. Und deswegen sehen wir uns bei meinem nächsten Video am Mittwoch. Aber da wird auch nicht viel mehr rüberkommen als hier. Also wenn ihr wirklich wieder etwas Content haben wollt, dann guckt alte Videos. Ich habe ja genug gemacht. Ich meine, ich glaube, ich müsste um die 500 haben. Also ich habe die große Auswahl. Ich will jetzt nicht zickig klingen. Klinge ich zickig? Ich glaube, ich klinge überfordert. Na ja, also. Wir sehen uns. Bis bald. Ihr müsst mir nichts in die Kommentare schreiben. Ihr eingibt's nichts zu schreiben. Bis bald, tschü. Bis zum nächsten Mal.